Ja, guten Morgen. Einen schönen guten Sonntagmorgen möchte ich euch da die Bauer aussehen. Er ist da unterwegs mit der lieben Numa an der Emme und ja, sie hat sich verändert. Die Emme verändert ja immer ihr Bild, je nach Hochwasser oder weniger Wasser. Und hier ist der Einstieg in Rüttlingen auf dem Flü. Hier sind wir den ganzen Sommer durch diese Treppe runter zur Emme. Da war ein Kiesbett und ich zeige euch hier. Der Einstieg, Kiesbett weg. Wir gehen mit der Numa spazieren und jetzt sind wir am Zuckerrübenhaufen entlang gelaufen und ihn ein bisschen wieder zugedeckt. Gestern Nacht war ja ein Sturm hier und hat ein Teil abgedeckt, leicht abgedeckt. Jetzt ist es wieder schön. Ich hoffe zwar es kommt nicht regnen, ich wiederhole mich. Morgen möchten wir ja Kartoffeln roben.